Hallo, willkommen, aber eigentlich nicht wirklich willkommen bei New Yorker. Wir haben hier die neuesten trendy Klamotten aus New York oder so. Keine Ahnung, wo das liegt. Habt ihr Wintersachen? Wintersachen? Was ist das? Wir haben hier nur Miniskirts und Crop-Tops das ganze Jahr hinüber. Wenn du hot aussiehst, dann ist deine Körpertemperatur auch auf hot. Wo ist die Männerabteilung? Männer? Ach ja, diese komischen Kreaturen. Das bieten wir auch noch an. Irgendwo in den Ecken sollten noch Restfetzen von vor zehn Jahren sein. Unsere Umkleidekabinen sind oben und unten offen, ja? Da musst du ein bisschen aufpassen, falls ein Perverser vorbeikommt und rein Luschatten, okay? Bitte unterzeichne diesen Vertrag, dass wir nicht für deine Nervenzusammenbruch haften, wenn du diese Höllenkammer betrittst. Unsere Spiegel und Lichter stehen so, dass du alle deine individuellen Poren, Falten, Härchen, Pickeln, Adern und Schuppen siehst. Das kann zu einem psychischen Kollaps führen. So, das macht dann zehn Euro bitte. Möchtest du zehn Prozent deines Einkaufs an die Gehörlosen-Community spenden? Wir arbeiten sehr eng mit denen zusammen. Die suchen bei uns immer die Songs aus für unsere Playlists. Nein? Scheißgeiz heißt, schönen Tag noch.